Domlet, genau, Dimlet, Let, Dankeschön, kannst du wieder noch nicht schreiben, immer noch nicht, so, Orbs, wir wollen Huge Orbs, bitte, nein, ganz normale Huge Orbs, okay, wir müssen, Huge, Huge Orbs, haben wir hier noch Huge Orbs drin, Reveness haben wir hier drin, Pyramist, Okay, dann nehmen wir die normalen Orbs, zwar alle, ne, das ist ja egal, ob es drin ist oder nicht, folgendes, wir brauchen Charts Zertus Quartz, Zertus Quartz Or, Osmium Or, Oh, da fehlt noch was Wann hast du aufgehört, den Chat vorzulesen, ich hab grad nicht aufgepasst? Äh, woher soll ich wissen, ich hab ja grad nicht reingeguckt So, gut, also schon länger nicht Ein paar Sekunden, ja Ähm, da wird gefragt, ob du mal bitte singen kannst Nein Schau doch bitte nach weiteren Dimlets, haben wir doch schon gemacht, hallo? Du kannst Du kannst nur ein Material demnit Ja Mr. Spalty, ja, er hat deine Frage mit dem Headset schon beantwortet, eben sogar ganz ausführlich So, und zwar Das ist jetzt das, was wir gerade haben, da fehlt aber noch was und zwar brauchen wir Pyramiden Pyramidos Genau Eine Pyramiden brauchen wir auch noch Und da soll nämlich was weiteres rein, da brauchen wir nämlich einen Absorber Absorber Ja Material Absorber Einen davon brauchen wir und wir brauchen Q Und zwar brauchen wir Quarz, das ganz normale und wir haben nämlich nicht zu viel davon Oh, wir haben zwei Quarz Oh Jetzt ist die Frage, nehmen wir Quarz Ohr oder nehmen wir Quarz Wir nehmen Quarz Ohr Bedeutung, ich brauche zwei davon Gut, wir haben dann noch ein System gehabt, das finde ich cool, das wusste ich nämlich nicht Das hätte ich mir nämlich sonst ercraftet Weil das ist eine schön effiziente Art und Weise, Quarz zu haben Gehen wir wieder hier nach Traurchen Bodeldi, 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 bodeldi So Wo ist die Weihnachtsmusik in einem Kaufhaus, das dir was verkaufen möchte, was mit Weihnachten zu tun hat Aber nie bei mir Wieso nicht? Und Weihnachtsmusik schöne Musik Nein, nein, nicht so gut Weihnachtsmusik Doch, 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 doch Weihnachtsmusik Wie alle Katzen wieder, kommt das Christusfisch, oder was? Das war schon, ha, jetzt hast du sogar einen Wunsch erfüllt Ne, hab ich nicht Doch, doch Ne, ne, ne Ich hab das gerochen Du hast das gerochen Ja, ja Katze, was hältst du davon, dass ich gerade Lasagne gönne? Ähm Die Adresse hätte ich gern von dem Nettener, ne? Ich besorge ihr Ich mag mein Dashboard immer noch nicht Michi, ich lese doch schon vor, aber nur Sachen, die ich interessant finde Ich brauche ja jetzt nicht vorlesen, dass, äh, weiß ich nicht, äh, irgendjemand nächste Woche noch drei Arbeiten schreibt, weil das demotiviert mich sehr Wieso? Schreibst du 15? Nein, ich hab morgen noch und dann, äh, frei Und wenn ich daran denke Frei auch noch Sag mal, wann arbeitest du überhaupt mal? Naja, so die restlichen Tage im Jahr Das ist dann mein erster Urlaub dieses Jahr Ähm Gerade Katze sitzt dran und hat Fresse Ähm Rarity 3, Flo, Rarity 3 Wir haben keine Dreier mehr Ist klar Rarity Rarity Doppelpunkt 3 So Structure Non Dimlet Schön Das ist so das Größte, was wir haben Bitte mal, gabut machen Ah, das geht natürlich nicht Das ist natürlich craftable Das geht ja nicht Strukture Nein Rarity Rarity Ich meinte, ich soll jede Nachricht vorlesen Denen reicht halt alles nicht, dass das so an der Seite und im Stream eingeblendet wird Ja, warum auch nicht, gell? Ja, klar Warte mal, ich weiß, warum nicht Gott, nur nicht XD at Markus435 Ey, Katze, Affentäter ist mein Job.doppelpunkt.d Hab P-Bär-Moharen und Miwoch Was benutzt Katze für ein Mikrofon? Nen billiges Bei XD Kannst du mir ein Headset empfehlen? Bis wann bist du live? Mehr von ChatXD Oh, Mann Weißt du, was da fehlt? Was da noch extrem fehlen würde So diese Es gibt ja Was Schlorux auch hat Diese Donation-Vorleserin Diese rumänische Ja Oder bulgarische Wenn das so jemandem wäre, der den ganzen Tag den Chat vorlesen würde So leise im Hintergrund Da gucken wir jetzt jemanden an Guten Tag Jo, nice Wir haben genau das bekommen, was wir wollten Und zwar einer aufs Maul Ah So Material Und zack Das ist das, was wir noch gebraucht haben Das ist unsere Profidimension Jetzt gucken wir mal Pyramiden für Netaquarzoar Okay Orbs für Osmium-Oar Okay Warte mal Diamond-Oar brauchen wir gar nicht so viel mehr Osmium-Oar ist das, was wir jetzt gerade viel brauchen Weißt du, was gut ist? Was denn? Dadurch, dass du jetzt gesungen hast Ist Todkopf davon weg, dass ich singen soll Ja, das ist doch nice Gewinn für jeden Oh So, jetzt weiß ich nicht, ob das passt Dass wir beide gleichzeitig laufen lassen Das glaube ich nämlich fast nicht Aber das werden wir sehen Ähm Weißt du was? Ich stelle hier gerade mal auf On to activate Weil ich möchte oben in die Dimensionen jetzt gerade mal rein Und zwar in Dimension 2, bitte 360 reingehen Wupp, wupp Ist das spalt? Ich weiß nicht, ob er von und zu Katzeschlur guckt Aber ich tue das So Ziemlich jeden Stream Warum brauchst du noch Osmium? Hast du nicht genug durch die Ender-Querries gefarmt? Um diese Frage ordnungsgemäß zu beantworten Möchte ich dir eben die Zahlen gegenüberstellen Die wir momentan im System haben Wir haben ca. 20.000 Osmium-Barren 20.000 Osmium-Barren Wir haben eine Milliarde Cobblestone Bedeutet im Endeffekt Wir haben von nichts genug Das ist das meiste, was wir haben Eine Milliarde Cobblestone Das ist nix Wir brauchen mehr Und deswegen bin ich jetzt hier Das ist mal eine Öffkette Das machen wir jetzt auch Oh nein Super Katze Hast du super gemacht Die Orbs sind Gebackt Weil ich verschiedene Große Orbs genommen habe Anscheinend Man muss echt jedes Einzelne ändern Ja, das ist wieder nicht die Dimension, die ich wollte Mach ich denn, Alter Vernünftige Basteln Ja, das ist mal ohne Witz Ich mache heute nur Fehler in der Hinsicht Das nervt Aber wenn ich sowieso alles irgendwie ändern muss Und ausmachen muss Und verändern muss Gerade, weil es irgendwie falsch ist Dann kann ich ja gleich Alles in eine Dimension stecken Weil dann habe ich wenigstens immer nur einmal den Reset Das Problem ist, wir müssen mal gucken Welche von den Dimensionen was kann Naja, gut Also Wieder Arschkarte gezogen Wir haben jetzt eine Goldblock Ohr Goldblock Ohr Oh, Katze, ohne Scheiß Geh aus der Dimension raus Das ist eine andere Tasche Das willst du nicht Teleport Du bist mir irgendwie sympathisch Den Fehler machen viele am Anfang Naja Naja Wir haben zu wenig, Flo Wir haben einfach zu wenig Das geht nicht So weiter Zu wenig Wir haben zu wenig, ja Ja, wir übertreiben ja auch nicht Ja, Flo Wir machen das falsch Ja Das geht so nicht So, hier, raus damit Genau, weg Alles kaputt Alles kaputt machen Wir machen jetzt hier Superdimensionen Hallo Nos Hoho Hoho Ich kann hier nicht extracten Solange das da ist Okay Dann muss ich das ganz kurz so rausnehmen So, extract So Schmeißen wir einfach alles rein Was wir hier haben Und jetzt gucken wir mal Also Wir brauchen einmal eine Flat Dimension Mit dem Hauptstoff Den wir am wichtigsten haben Den wir am wichtigsten brauchen Welch ist das? Block of Gold Ist uns das wichtig? Naja Gold ist schon so eine Sache Die wir immer wieder mal brauchen werden Zwei Dimensionen hatten eigentlich schon einen gewissen Sinn dahinter Wenn ich ehrlich bin Doch wir machen zwei Dimensionen Anders ist das Verschwendung Und Verschwendung ist ja nicht gleich übertrieben So, wir nehmen alles Was wir hier irgendwie Mit Silk Touch mitnehmen müssen Raus Neta Quarzohr ist auch ein Silk Touch Sach Osmium Ore ist kein Silk Touch Sach Charged Zertus Quarz ist ein Silk Touch Gedöns Das sind diese ganzen Block Dinger Gut Von dem Block of Redstone Haben wir eine Million im System Lapis Balui brauchen wir nicht so viel Gold Ore ist schon richtig Dass das so ist So, Block of Redstone Huge Orbs Lapis Balui Genau umgekehrt Brauchen hier Feature Orbs Genau Warum ist NOS eigentlich Wenn der Chat im Stream eingeblendet wird Zensiert mit True Weil NOS ist True Damage In jedem MMORPG ist der True Damage Das ist so Das muss so Miau 31 ER Nein, jetzt gerade nicht Weil ich Zu 100% mich damit beschäftige Die Nachrichten im Chat durchzulesen Und nebenbei Bastle ich noch an Den Chatbot rum Aber Hast du eigentlich Dass du dieses eine Ding fertig gemacht gehabt Das du mir geschickt hattest? Was hab ich dir denn geschickt? Ähm Die Offscreen Wenn ich mich nicht täusche Den wolltest du doch so haben Den hab ich dir doch geschickt Den hab ich gar nicht gedownloadet Ernsthaft? Du bist ja ein Profi Ja natürlich Ups Hab mich schon gewundert Warum du den nicht reinmachst Hab mich schon gedenütigt gefühlt Weißt du? Nö Das war eine Inkompetenz Du hast es einfach mal wieder verpennt Das war mal wieder Katze am Werk Ja Ja Das war mal wieder Katze am Werk So aus 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 Protest Müsste ich dir jetzt eigentlich wieder Das Katze ist doof schicken Ne? Ja Stimmt wirklich schon Ja ja Eigentlich müsstest du das so da reinmachen Mit Ne? Ja Eigentlich Ja Eigentlich Eigentlich Ne Eigentlich So Ich lad das jetzt noch mal hoch Dann schick ich dir das Überall Eigentlich nur im TS Aber Dach Ich schick dir das überall Okay? Okay Und du wirst das bezeugen Ich hab dir das dann überall geschickt Achtung Es kommt ein Plop Plop Was ist denn Oregon? Was ist denn Oregon? Hallo Prio TV Er sagt mir Hallo Kennst du mich noch Mieze Katzchen? Du warst damals glaube ich in den Pokémon Streams ein paar Mal dabei Katze ist of Ich bin ab sofort in den Ofen Finde ich damit ab Fündet ihr dich jetzt ab nur noch mit Kohle Ja Ich kann Sprechdeutsch Komm mal Ich kann Sprechdeutsch Punkt Fragezeichen Oregano Natürlich Ähm Warte mal Wir machen jetzt mal die Trusty Sache Und zwar RF Tools Features Dimlets Ähm Was tun die einzelnen Dimlets Es gibt ein ganzes Buch das das macht Warum wusste ich das nicht? Buck Du elendiges Buck Redstone Wubbidi wubbidi wuh Hallo RF Tool Dimensions Buch Los Das ist nicht das was ich brauche Was? Oder? Brauche ich das? Nein ich habe los gesagt Achso Naja pass Ist doch ähnlich Los Los